Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu einem relativ heftigen News Video und zwar geht es mal wieder um Hacking News sozusagen. Und zwar gab es vor ein paar Tagen einen brutalen Fund, der iPhone Nutzer betrifft. Alle iPhone Nutzer, die quasi einfach nur auf eine ganz normale Website gehen, konnten infiziert werden mit einem echt heftigen Exploit. Und ja, dieser Exploit richtet sich tatsächlich speziell gegen solche iPhone Geschichten und ist tatsächlich schon über oder jetzt fast zwei Jahre lang im Umlauf. Seit dem 13. September 2016, da konnte es das erste Mal nachgewiesen werden, dass dieser Exploit tatsächlich funktioniert hat. Es sind quasi mehrere Exploits, das ist eine Exploit Chain und ja, das Ganze wurde auch über Privilege Escalation und so weiter gemacht. Also wirklich was Großes gewesen. Ihr könnt euch diesen Bericht wirklich durchlesen. Da gibt es sehr, sehr viel dazu. Ich kann euch leider nicht alles in einem Video zeigen und ich kann das auch, also ich kann nur empfehlen, es wirklich selber durchzulesen. Das ist wirklich sehr interessant. Ich will auch nicht alles von Google hier klauen. Ich will euch nur quasi darauf aufmerksam machen. Im Endeffekt, was passiert ist und das ist wirklich sehr faszinierend, einfach nur durch den Besuch einer normalen Webseite, ist es tatsächlich möglich gewesen, für den Angreifer Nachrichten mit Empfänger und wirklich unverschlüsselten Nachrichten von WhatsApp, von Telegram 1 zu 1 an einen externen Server zu übertragen. iMessage war auch betroffen, Hangouts, alles, alles im Endeffekt konnte überprüft und abgefangen werden und wurde dann an jemand anderen geschickt. Auch E-Mails wurden komplett geschickt, inklusive Kontaktdaten, inklusive Fotos, inklusive GPS, also wirklich Real-Time GPS. Das heißt, ihr wurde dann auch komplett 1 zu 1 getrackt. All das wurde komplett übertragen. Natürlich auch die Daten von wegen hier Wi-Fi und so weiter. Im Endeffekt wurde alles übertragen von diesem Implant, was es überhaupt nur so gab und was irgendwie interessant sein konnte. Und diese Daten wurden dann natürlich auch gespeichert. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal Kreditkartendaten oder sowas eingegeben habt über WhatsApp oder keine Ahnung, irgendwo, dann sind die auch weggekommen. Und das ist dann quasi alles an die Angreifer gekommen. Und das über zwei Jahre lang und das bei iPhone-Nutzern, ja. Warum ist das irgendwie beunruhigend? Nun ja, iPhone galt bislang als relativ selten, beziehungsweise iPhone Zero-Day-Exploits, also wirklich Exploits, die dann, ähm, nun ja, quasi wirklich Schadcode auf ein iPhone transportiert haben und dann auch wirklich was bewirken konnten. Die galten als relativ selten. Das heißt, die waren quasi nicht zu bekommen. Auf dem Schwarzmarkt hat man für sowas tatsächlich mehrere Millionen Euro oder Dollar bekommen. Das heißt, die Dinger waren dementsprechend wirklich schwer zu finden. Ähm, und, ja, man hat auch sehr, sehr lange da gesucht. Und jetzt gab es einfach einen Exploit oder mehrere Exploits, die einfach ganz normale Webseiten, also wirklich harmlos aussehende Webseiten, die wirklich auch Traffic hatten, also wirklich viele Besucher auch hatten, die haben dann diese ganzen iPhones infiziert. Und, ähm, ja, das ist schon echt einiges. Also hier geht es wirklich dann um mehrere tausend Besucher pro Woche und dann wiederum um über zwei Jahre. Also das, das ist schon echt groß gewesen, das ganze Ding. So, und, ähm, hier hat tatsächlich Google mal wieder dafür gesorgt, dass das Ganze aufgedeckt wurde. Das heißt, die haben hier wirklich das Ganze reversed. Die haben wirklich den Code auch reverse engineert. Okay, das liest sich nicht allzu angenehm hier, aber, naja, man kann es ja mal machen, wenn man möchte. Ähm, ist ziemlich interessant gewesen. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Was man allerdings auf jeden Fall noch sagen kann, ist, dass das Ganze hier nicht unbedingt, ähm, eine, naja, profitorientierte Sache war. Das heißt, ähm, hier, also ich meine, es hat ja wirklich niemand mitbekommen, dass irgendwie seine Kreditkartendaten oder sowas gehackt wurden. Ähm, ähm, es ging hier eigentlich eher um persönliche Informationen und das wirklich in die breite Masse. Also man hat hier wirklich sehr, sehr viele Besucher gehabt. Man hat sehr, sehr viele Daten quasi geklaut. Und diese Daten wurden dann aber nicht irgendwie veröffentlicht, sondern wirklich geheim gehalten. Und, ähm, das lässt eigentlich schon fast Rückschlüsse darauf zu, dass es eigentlich nicht unbedingt eine normale, ähm, naja, eine normale Organisation war, die einfach nur quasi Geld machen wollte oder Leute erpressen wollte, sondern die tatsächlich dann auch vermutlich nur die Spionage im Sinn hat. Und das wäre dann so in Richtung Geheimdienst. Das kann man aber nicht sicher wissen. Das will ich hier gleich dazu sagen. Ähm, es ist nur eine Überlegung. Gegen was war denn jetzt eigentlich der Exploit tatsächlich? Naja, das war ein Exploit gegen den Browser. Das heißt Safari. Das heißt, jeder, der Safari benutzt hat und auf diese, ähm, auf diese ganzen Webseiten zugegriffen hat, der war betroffen. Wer zum Beispiel Firefox oder sowas installiert hat, der hatte keine Probleme. Deswegen war es auch ein Exploit, der wirklich tatsächlich auf fast ausschließlich iPhone-Nutzer abgezielt hat. Denn die benutzen fast alle eigentlich den Default-Browser. Ähm, außerdem war der Exploit wieder weg, wenn man das Handy einfach neu gestartet hat. Ähm, allerdings natürlich, was bis dahin irgendwie übertragen wurde, das war natürlich trotzdem weg. Das heißt, alles bis zu diesem Zeitpunkt konnte ja übertragen werden. Einfach die WhatsApp-Nachrichten, die E-Mails und so weiter und so fort konnte ja alles übertragen werden. Nur das Einzige, was eben nicht übertragen wurde, bis zu dem Reboot oder das, was danach kam, das war dann quasi wieder safe. Trotzdem, die ganzen Passwörter und alles sind dann trotzdem verloren. Das heißt, ähm, ja, Passwörter wechseln wäre mal das Erste. Und, ähm, natürlich patchen. Also die Sicherheitslücken sind schon von Apple gepatcht worden. Ähm, die haben sich da wirklich Mühe gegeben, das sofort quasi zu machen. Ähm, Google gibt denen ja immer dann so ein bisschen Zeit, damit auch quasi die wissen, was da eigentlich passiert ist. Dann patcht die Firma das und dann veröffentlicht Google quasi ihr Write-Up. Ähm, das heißt, diese Lücke funktioniert nicht mehr. Aber, ja, nichtsdestotrotz ist es natürlich eine beängstigende Sache. Vor allem, weil man eigentlich davon ausgeht, dass es ein, ähm, naja, eine Art Staatstrojan war. War nicht von Deutschland, sondern vermutlich von China, ähm, was allerdings die Sache nicht besser macht. Denn, ähm, ja, in Deutschland experimentieren sie ja auch gerade mit Staatsstrojanern. Und die gehen in eine ähnliche Richtung. Das heißt, vermutlich haben die dort auch wirklich viele Sicherheitsforscher schon am Start, die dann auch tatsächlich versuchen, ähm, solche Implants oder sowas eben auf Handys draufzubekommen und dann eben auch die Leute ausspionieren. Das heißt, gerade China nicht unbedingt angenehm. Ähm, man, wie gesagt, Google hat es irgendwo im Write-Up geschrieben. Man vermutet es bloß, äh, ist es aber nicht safe, dass es wirklich irgendwie sowas war. Aber, ja, es ist auf jeden Fall eine beunruhigende Situation, ähm, vor allem, da unsere persönlichen Daten eigentlich persönlich sind und die eigentlich geschützt werden sollten. Aber nun gut, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Spaß beim Write-Up durchlesen oder Write-Down durchlesen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.